Die Elko Maschinenbau GmbH ist ihr kompetenter Partner rund um die Fertigung, die Metallisierung, den Service und die Qualitätssicherung im Maschinen- und Anlagebau. Um die Vielseitigkeit in allen Fachbereichen abdecken zu können, ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir über ein qualifiziertes Fachpersonal verfügen. Elko ist spezialisiert, auf Basis von CAD-Daten, Skizzen oder Zeichnungen Ihrer Ideen, einfache Werkstücke und komplexe Fertigungsanlagen nach Ihren Vorstellungen umzusetzen. Dabei verarbeiten wir sämtliche Sorten von Stahl, Buntmetallen, Aluminium und anderen Materialien. Mit diesen Fertigungsmöglichkeiten können wir auf jede Ihrer individuellen Anforderungen eingehen. Elko bietet Ihnen einen Service im vollen Umfang an. Das bedeutet, die Bauteile Ihrer Aggregate werden vor Ort demontiert und Einzelteile, wenn nötig, regeneriert oder auch neu gefertigt. Seit 1959 stellen wir uns am Standort Bochum erfolgreich den vielseitigen Herausforderungen unserer Kunden. Unser moderner Maschinenpark umfasst konventionelle und CNC-gesteuerte Maschinen. Elko regeneriert Bauteile Ihrer Maschinen durch das Metallisieren im Flammspritzverfahren. Beim Lichtbogenspritzen werden zwei drahtförmige Spritzzusätze gleicher oder unterschiedlicher Art in einem Lichtbogen abgeschmolzen und mittels Zerstäubergas, z.B. Druckluft, auf die vorbereitete Werkstückoberfläche geschleudert. Elko Maschinenbau GmbH – Ihr kompetenter Partner